Luca. Hallo. Sie haben mich hierher bestellt. Worum geht's? Ja und zwar, ich habe hier so ein schönes Buch bekommen vom Herrn Noah. Hier sind ein paar Anklagepunkte aufgelistet, die sich nicht gerade berauschend an gehören. Schauen Sie einfach mal selber ins Buch rein und dann äußern Sie sich bitte dazu. Das glauben Sie doch nicht, oder? Das ist einfach eine Beleidigung an mich. Was soll das? Ich meine, darum sollte ich sowas machen. Ich sitze den ganzen Tag in meinem Keller und forsche an meiner Magie rum. Was war das? Ich weiß nicht. Was ist denn da draußen los? Das ist eine gute Frage. Wollen wir mal gucken gehen? Ja, das sowieso. Also, wo ist das Wasser hin? Oh Gott. Hier habt ihr euch also aufgebaut mit eurer Magie und Technik und ach 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 so lustigen fest Hessen. Ja, ihr könnt mich hören. Ihr könnt mich alle hören. Ich habe euch schon Tage, wirklich Monate im Auge gemacht und ihr wart mir schon immer einen Dorn im Auge. Da oben? Auf dem Dach? Hier. Aber damit wird jetzt Schloss sein. Ihr werdet wohl bezahlen müssen, aber nicht mit Coins. Was? Ich weiß sogar, dass Noah hier ist. Irgendwo. Besteckt. Irgendwo. Hier. Ich habe dir schon oft genug gesagt. Das Flux ist doch schön. Das Flux macht stark. Ihr wundert euch wohl, wer ich bin, hä? Der zerstört unsere Stadt, das Rathaus. Ich erinnere euch noch an das Weihnachtsfest, das ihr gemacht hattet. Was sagt der da? Schön. Kann mir jemand erklären, warum hier alles aus Lava ist? Wir haben den ganzen Fahnen vereitelt. Vor allem du, Noah. Vor allem du. Wir haben gerade geredet. Nicht mal du kannst ihm helfen. Na, du kannst ihm allen helfen. Sie werden ja jetzt wohl bekommen, was wir jetzt haben. Da hinten. Was ist hier los? Ihrer mickrigen Stadt. Und das zeige ich auch. An deren mickrigen Stadt. Was? Wieso ich? Auch du. Wirst dafür bezahlen. Für was? Was? Was für diesen Tagebau angerichtet hat. Da hinten sind irgendwelche Viecher, die uns angehäufen. Ich will zoffen. Hier, Stadtwache, Stadtwache, hallo? Ihr könnt ihn nicht schützen. Ich kann euch schützen. Das ist echt... Ich glaube, das sollten wir feiern. Ich werde eure mickrige Welt. Die ist mir ja nichts mehr zunutze. Für euch ist sie nichts mehr zunutze. Ihr seid wie Parasiten. Plagen. Die vermehren. Stadtwache. Fragen Sie den ein? Verstecken Sie nicht. Ihr brennt alles weg. Ach, Mann. Und auch du, Noah. Das Leiden. Besonders du. Wir sollten hier weg. Was schnellst du? Besonders du. Aber wohin denn? Meine Haut ist unnützlich ja. Irgendeine Art vergessen. Wir haben hier zu tun. Ja. Was? Was? Ja. Ausher cool. Versuch's doch. Versuch das doch. Auf mir zu schießen. Vielleicht sollten wir uns verbissen. Wo versteckt sich denn hier? Der sich denn ganz distanziert. Wir müssen hier weg. Ne, ja. Was? Was ist jetzt eigentlich mit dem Kerl los? Ich helfe euch hier raus. Zumindest versuch ich es. Und wohin? Ja, wohin? Ja, dann... Einfach ihm folgen am besten. Ja. Die, die nicht hinterherkommen, die sind anscheinend verloren. Ich glaube, aber es kommt was. Sogar die Hunde folgen euch. Das ist meine persönliche Leibwache. Was ist denn die Hilfe? Ey, da ist der Dreifertmeinung. Weg hier. Rennen Sie weiter. Scheiße. Herr Eick, warum haben Sie keinen Rüstzug an? Doch, ich habe eine andere. Hilfe. 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 Kommt ihr oder auf was wartet ihr? Ja, ich weiß nicht, wohin. Rennen. Rennen doch. Ihr könnt doch eh nicht entkommen. Kein Schicksal kann man entfliehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe irgendwie alle aus den Augen verloren. Was? Ja, wohin? Wie lang? Nein, kommen Sie mit mir. Was? Wo gehen wir hin? Kommen Sie! Einfach den Weg hier entlang. Kommen Sie! Ja! Bürgermeister! Wohin? Ja, Sissi! Freude, Sissi ist doch gar nicht hier! Was sagen Sie? Müssen wir einfach rüber! Ui! 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 Was ist das hier für einer? Was ist das? Der ist auf jeden Fall freundlich, er greift mich nicht an. Hier ist ein Weg nach unten, sollen wir den nehmen? Was ist das hier für einen? Was ist das hier für einen? Wo ist jetzt, wo ist jetzt der Herr Nohr? Was, was ist mit... Alle runterkommen! Wir sind doch unten! Ich glaube, wir müssen weiter runter los! Kommt die jetzt? Ja! Oh Gott! Hilfe! Ich komme nicht runter! Ja, ich bin da oben angegriffen worden! Kommen Sie hoch schnell! Kommen Sie hoch, hier hoch! Wir müssen hier hoch! Ja, das ist nicht so einfach, wenn da oben 100.000 Monster auf einem auftauchen und den Weg nach unten versperren! Wir müssen uns trotzdem beeilen! Wir müssen uns trotzdem beeilen! Hier ist... Wow! Was? Was ist das hier? Was? Kann ich einfach da sein? Hier schreibt wer was! Folgt mir in irgendwas! Folgt mir in die neue Welt mit mehr Hoffnung! Okay schnell weg hier! Hoffnung schreibt man hoch! Was ist das hier? Ja! Was ist das?